Ich war genau in dem Jahr bei der Familie, als der Vater starb. Oh, dear. Du sagst es. Ich war 17. Einmal habe ich die Mutter voll bedruckt und von der Kellerzweifel ausgesammelt. Das kannst du ja nachher beim Essen mal ausführlich erzählen. Ja, sicher. Ich habe sie ins Bett geschleppt. Ich musste schwören, es niemandem zu sagen. Kurz darauf habe ich meine Unschuld verloren. Im Bett der Mutter? Nein. Groß wird wie die kleine Schwester. Die wohnen beiden nicht mehr zu Hause. Und die kamen jeden Sonntag zum Mittagessen. Okay. Dann werde ich nachher mal fragen, wer von beiden sich nach Braten und Rotkohl den kleinen Dänen vorgekünft hat. Ja. Alle in dieser Familie leben ehrliche Antworten. Okay.